Gestern auf dem Nachhauseweg haben wir einfach mal einen Pizza-Automaten entdeckt. Ein Automat, der Pizza backen kann, die wie vom Italiener schmecken soll. Haben wir natürlich gleich mal ausprobiert. Wir haben uns für Margarita und Käse entschieden, aber keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll. Dann einfach nur das Geld einwerfen und los geht's. Während die Pizza gebacken wird, zählen die Sekunden runter. 62, 61. Inzwischen hat Vicky eine Donut-Automaten gefunden, den gab's dort einfach auch. Wie cool! Entweder Milka, Simpsons oder Oreo. Was würdet ihr nehmen? Wir haben uns für Milka entschieden. Nachspeise ist also auch schon mal gesichert. Für ein paar Dance-Moves war auch noch Zeit und dann hat sich endlich der Pizzaofen geöffnet. Sieht zwar nicht aus wie eine typische runde Pizza, aber mal sehen, wie sie schmeckt. Bei Pizza Nummer 2 wieder genau das gleiche. Auswählen, bezahlen, warten, tanzen und fertig. Oh, gar nicht mal so schlecht. Der Teig ist ein bisschen dick, aber schmeckt wirklich lecker. Und der Donut übrigens auch.